Mann, hier ist keiner mehr drin. Wir sind heute hier beim Gold-Videoshoot. Also Benediktiner Held, hört sich super an. Vier von zehn. Kontroverse Diskussionen hier. Morande, das erlaubten. Cool Kippe anzinsen? Keine Ahnung. Das ist wie eine kalte Dusche. Schauen wir mal wieder da. Tim, du bist immer noch drin. Danke. Müffs. Ich glaube, wir müssen das cutten an der Stelle. Ins Thermalbad rein, Dicker. Am Friesen. Fucking Friesen. Fucking Gag. Boah, das ist so schön in die Kamera geschätzt. Und nachher fahren wir an See. Und drehen unter Wasser. Unter Wasser. Schade, dass Safety-Driver so viel kosten. Sonst wäre der Schauspielerverschleiß geringer. Haben wir Ersatzschauspieler dabei? Nee, ich habe keine Ersatzschauspieler dabei. Das wären dann wir als nächstes. Nächster Ersatz wären wir. Ich habe mich aber auf die Rolle als Göttin auch schon vorgelegt. Aaaaaaah! Schuh! Na gut. Aber das ist schon mal ein Lager da vorne, gell? Ich glaube, ich klem meinen Arsch hier. Robert! Oder ich halte mich daran fest. Das sind Frontalschläuche. Der See ist von Natur aus ein atmungs- inaktiver Ort. Ich schwöre. Am Arsch ist es vom Arsch. Doch, Dicker. Sieht richtig bescheuert. Drei, zwei, eins. Wie harte Chills unter Wasser. Ich bin immer schon so, fucking panicking. Und sie streichen nochmal über meine Wange. Mann. Drei, drei, vier. Ich bin immer noch so, weil ich bin dann noch so, nicht zufrieden. Das ist ein Ding. Ich bin immer noch geprägt. Der ist einfach hier. Ich bin immer noch geplant. Die hat sich nicht so lange von den Lautsorten angeht.